Bechern. Heute wollen wir einmal bechern auf eine ganz besondere Art. Und zusammen. Und weitergeben. Schiebt die Becher, schiebt sie her. Und die Becher, die sind leer. Und die Becher, die sind leer. Schenken wir den Rhythmus ein. Und die Becher, schiebt sie her. Spielen zusammen, nicht allein. Und die Becher, schiebt sie her. Und die Becher, die sind leer. Und die Schie, schiebt sie her. Viel Spaß beim Bechern.